Hier ist einiges los, mein lieber Jolli. So, dies ist das Pfingsten 13 Loreto Tagebuch von mir. Also, ich bin heute Morgen aufgestanden, so um 8, halb 9, 9 und bin danach zur Schule gegangen, eine Dreiviertelstunde. Hornagel hat mal wieder die Deutscharbeit nicht dabei gehabt, von daher konnte ich dann auch guten Reihengewissens aus dem Unterricht stürmen. So, und dann so um Viertel vor elf, elf, bin ich dann mit Johanna, mit meiner Nachbarin, dann quer durch Deutschland gefahren. Und wir sind so um 18.15 Uhr in Traunstein angekommen und von dort aus habe ich knapp den Zug gekriegt. Und von dort aus nach Freilassing und von dort aus nach Salzburg. Und dann habe ich mich mit ein paar Leuten angefreundet, mit Kobinian und seinen anderen Freunden. Und an die habe ich mich gehalten. Und von daher werden wir wahrscheinlich auch das Wochenende so miteinander verbringen. Und ja, der erste Abend von diesem Fest der Jugend Pfingst 2013 Treffen hat mir sehr gut gefallen. Und das war wirklich wunderbar. Mein lieber Jolly, also da hast du von Liza mir wirklich was Gutes getan, dass du mich da angemeldet hast vor zwei Wochen. So, das Tagebuch führe ich dann morgen auch wieder weiter. Gute Nacht, schlaft gut. Maranatha. Gute Nacht, schlaft gut.